So, weiter geht's, Tobi. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich hab's Gefühl, es wird nicht leichter. Und zu später Stunde, wir haben jetzt... Warte, wir haben jetzt... Punkte, 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 warte. Nee, 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 ist nicht offen. Okay. Wir haben jetzt halb eins, freitags halb eins. Kurz vor Weihnachten. Kurz vor... Es ist... Es ist Weihnachten, Tobi. Ja, heute Abend erst. Aber es ist der Weihnachtstag, Tobi. Komm mal, die Blase hier noch um. Vor Weihnachten. Ein Brost auf... Vor Weihnachten. Ein Toast auf Weihnachten. Brost. Ein dreifach Tusch. Ähm... Ich glaub, du musst erst mal hier reinkommen. Oh, da komm ich rein. Aber nur heute. Toll. Äh! Warte mal, hier unten ist auch eine Blase. Warum? Warte. Ich glaube... Ich glaube... Du musst da drin... Bleib mal da drinne. Ja. Du bist nicht weg. Bleib mal da drinne. So. Wird die größer? Geht die hoch? Die geht weg. Ja. Deswegen bleib mal da drin. Okay, warte. Ich probier's. Das geht nicht. Warte mal. Ne. Komm nicht hin. Warte. Die kommt gleich wieder. Guck mal, hier ist auch so Glitzer, weißt du? Das ist nur da. Hä? Hä? Wenn du von hier hinspringst, von hier? Wenn sie etwas höher ist? Mal gucken. Du hast etwas länger. Ja, aber es bringt ja nix. Ich kann ja... Ich muss ja dagegen steuern dann irgendwie. Na ja, egal. Ich muss steuern. Nö. Du musst steuern jetzt hoch. Das geht aber nicht. Gleich von hier. Ich spür mal mit drauf. Hä? Da waren ganz viele auf einmal. Alter. Fein das. So. Das da unten ist bestimmt ein Bonus. Nee. Oh, knapp. Okay. Okay. Du müsstest mir kurz hier hochhelfen. Hier. Oh, ich arbeite mal hier. Ja, und dann? Oder war da noch was? Ich habe keine Ahnung. Da, da, guck mal. Hier unten ist auch Bonus bestimmt. Das ist doch wieder so versteckt hier alles. Da, da schwebt die Blase weg. Siehst du das? Mama. Ich warte. Nee, aber da war sie. Du hast sie kaputt gemacht mit deinem Dickschädel. Jetzt. Ich sehe nichts. Warte. Da war sie wieder. Du warst drin. Oh. Guck, hier ist auch so gegritzelt. Ich glaube, wir müssen dann... Warte mal. Nee. Du musst da einfach reinspringen doch wahrscheinlich. Ich wollte eigentlich versuch noch ein bisschen... ... nach oben. Ich glaube, nicht alles bedeutet was, oder? Wahrscheinlich nicht. Du musst hoch. Okay. Ich mache mal an... Ich lebe. Ich lebe mich. ... nach oben. Ich lebe mich. Okay. Oh, das ist hier irgendwo ein Bläschen für mich. Oh man, was für ein Bläschen ist. Oh, und die Musik ist schon wieder so laut. Was ist denn da los? Ach so. Bin ich froh, dass ich den Soundtrack nicht geholt hab. Ja, hä? Ich glaub, zurück müssen wir nicht. Wie um Gottes Willen soll ich denn da hoch, wenn du da drauf darfst hier? Komm, mach nochmal dein Kunststück. Nein, warte, 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 geh runter! Ich muss da, ich muss da hoch, da rein, so, und jetzt geh. Das ist viel zu einfach. Nein, so geht das. Ciao. Äh, ja. Du musst da hin. Nee, geh du doch da einfach rein. Dann fall ich aber runter. Wieso? Dann musst du Schwung holen. Von da oben. Jetzt weiß ich's. Ach so. Was machst du denn jetzt weniger? Aber ich muss runter. Hä? Ach so, ja. Hallo. Nee, ich hab nicht hoch genug. Hm. Hm. Und wenn ich hier, wenn du auf mich springst, spring mal. Okay, warte. Nein. Ich hol Schwung. Warte. Und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Du kannst Schwung holen, ja. Das ist toll. Hm. Oh Mann. Es ist einfach zu spät. Hm. Hm. Ja? Naja. Ich will wirklich was nehmen. Ich weiß es nicht. Tadaa. Das ist so bestimmt nicht so schwer. Ähm. Puh. Ja. Aber das ist doch genau das gleiche wie hier, nur umgekehrt. Nicht ganz. Und wenn du mich als Spring-Dings nimmst, geh mal da hoch und lass mich Schwung holen. Wenn ich hier bin, dann sprichst du einfach rüber. Okay. Okay. Das Problem ist, du bist, warte. Tadaa. Warte. Okay, das muss doch gehen. Nein, so nicht. Das ist schon die andere Richtung. Warte. Jetzt. Guck mal, ich bleib sogar noch so. Kannst dich abschätzen. Aber das müsste gehen, oder? Doch. Nee, das geht nicht. Doch, das geht. Das ist die einzig wahre Möglichkeit. Nur so geht das. Du hast mich nur nicht getroffen. Das geht nicht. Abspringen. How we go? Stell dich nicht so an. Das geht nicht. Ciao. Hier. Du triffst nicht. Du triffst noch nicht. Du triffst nicht. Was ist denn dein Problem? Warte, ich bin ein bisschen näher. So. Tobi. 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 Du triffst einfach nicht. Was ist denn da los? Jetzt. Es geht nicht. Es geht nicht. Wie soll es denn sonst gehen? Was? Kommst du nicht hier hin einfach? Nee. Ich komm nicht hoch genug. Ich bin ja weg da. Und von da geht es auch nicht so, ne? Nö. Ja. Ich muss da wahrscheinlich irgendwie zu dir hoch. So rum ist das bestimmt. Achso. Warte, ich helfe dir. Ich helfe dir, ja? Ich helfe dir jetzt. Mach mir mal ernst. Ich helfe dir jetzt. Warte. Ich helfe dir. Warte. Okay. Bereit? Komm, ich helfe dir jetzt. Es reicht dir auch. Warte. Du musst mich hoch lassen. Nein. Jetzt verstehe ich. Nein. Du musst mich hoch... So. Das war doch ganz so schwer. War nicht so schwer, ne? Ach ey. Warum ist denn keiner unten jetzt? Einmal mit Profis ey. Warte Gucken wir gleich Okay, gucken wir mal Das ist so weit oben Ich glaube ja, dass das wirklich nur Bubbels sind halt Wahrscheinlich Männchen Gibt's hier Endgegner, Tobi? Ähm, bist du wach? Tobi, das kürzere, bestimmt Guck mal Hä? Da ist immer drauf Ich glaube, einer muss auf der andere Seite Ja, da hin Komm mal her Dann komm ich nicht hoch Oder steck mal drauf Ich komm auch nicht hoch Ah, du musst von hier Guck mal Bin ich ja gespannt Was? Was? Was war das denn? Was war das? Guck doch Tobi Tobi Die bewegen sich Die kommen jetzt her Wie hast du Wie Tobi Tobi Hilf mir doch mal Huf Die kommen jetzt Tobi Was? Wieso denn? Wieso bist du denn so Egoist Die Sau hier Die ganze Zeit waren wir Ein Termin Ein Team waren wir die ganze Zeit Wie? Wie? Ich hab dir vertraut Ich hab dir vertraut, Tobi So, komm Nein, nein, nein Die Punkte, Tobi Bin ich verrückt? Na ja Ja Waren schön die Punkte, komm Willst du dich holen? Doch, also ich geh da drauf Nee, ich geh Kriegst du das hin? So Wieder so ein Ding Du musst mich hier runterlassen Jetzt komm ich aber ja nicht hoch Oh Ich komm kannst du ja immer runter Wieso kommen jetzt keine Bubbel mehr? Nee, das schwang nicht Ich komm da aber nicht hin Du musst mir helfen Noch da in die Ding zu kommen Also ich da hinkomme Naja Es kommt keine mehr Da Nee Ich komm da ja auch nicht hoch Ah, da lief noch Dicke Mann Du bist so nah dran, glaube ich Ja, aber das bringt ja auch voll Ich glaube ich muss dich wirklich da rüberspringen Oder lass mich da drauf Und dann? Dann kannst du mich da drauf lassen Weil du kannst ja Schwung holen Ja, aber nicht viel Du kannst von der Du kannst von der Puppe aus Schwung holen Und dann da drauf Ich komm von der Puppe aus Ich komm von der Puppe aus Ich bin nicht davon Mhm Naja Ach komm Ah. Danke. Okay. Ja, war schön hier. Die bewegen sich. Die bewegen sich alle, Tobi. Ich hab nichts mehr gesehen. Was machst du denn da? Ich? Denk dran, du bist größer jetzt. Du bist auch viel rauf, was du kriegst. Wie kriegt man sowas nicht? Tobi! Wenn du mich hier runterlässt, dann... Oh. Ja? Ja? Ah ok. Komm mal hier runter. So. Und jetzt spring auf mich drauf. Und jetzt bist du hier. Okay, komm mal runter. Und jetzt brauche ich da hin. So, erst bin ich hier. Nee, das geht ja so nicht. Nee, warte. Komm mal. Geht nicht. Komm mal rauf. Und lass mich mal da rüber. Ciao. Wieso kann ich jetzt zweimal raus? Geh mal runter jetzt. Kriegen wir es hin, dass ich auch da hinkomme? Wohin? Da. Mit dir aber. Doch nicht. Mit Schwung vielleicht. Ah, ich kann ja hier runter. Ah ja. Pass auf. Ich schieße aber nicht genug Schwung. Du kannst doch. Also wenn man den Schwung vorher holt. Komm mal, wir zurück. Dann lass mich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Kommt wieder, ob ich jemals wieder rauskomme? Klar. Zumindest du, okay. Okay, warte. Ach, warte mal. Du kommst doch jetzt... Nee, kommst nicht... Doch, klar. Ah, okay. Genau. Ja, das wird doch... Das wird doch... Das wird doch... Das wird ja auch. Springen wir auf mich drauf. Und jetzt holst du die Schuhe und gehst da oben drauf. Dahin? Genau. Genau. Der muss drauf. Ist er auf mich? Nee, du musst ja. Oder ich? Passiv ist egal, oder? Ich glaub auch, dass das so nicht gewollt ist, der Lösungsweg. Doch. So, da kann ich nämlich hier oben raus. Ja klar, jetzt bin ich oben und unten. Was ist denn da los? Tobi, warte. Oh, schon wieder soweit? Ja, es ist wieder soweit. Neuer Freund gefunden, ja? Ja. Mein neues Haustier. Was mit mir? Na, kommt drauf. Hab zu spüren. Hey. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.